Subhanallah, so viele auf einmal, so viele vollkommene Männer, die so viel Iman, so viel Taqwa, so viel Aufopferung gebracht haben oder Offerbereitschaft hatten, hat es nie gegeben. Und deswegen sind sie auch besser als die anderen, sagen wir mal Sahaba, die anderen Gefährten von den anderen Propheten. Weil die anderen Propheten hatten auch Gefährte mit ihnen, wie Isa a.s.m., die mit Musa a.s.m. waren, aber die Gefährten, die Freunde von Mohammed a.s.m. sind bei Allah die Allerbesten von allen anderen auch. Warum? Weil so viele, so aufrichtige, so gottesfürchtige Menschen hat es nicht gegeben, auf einmal, zusammen. Und deswegen, wie Umar r.a.s.m. sagte in diesem schönen Hadith, er sagte, Allah a.s.m. hat uns Ehre und Stolz gegeben mit dem Islam. Zuvor waren wir das erniedrigste Volk, das schlechteste, schlimmste, schwächste Volk. Und Allah hat uns eine so hohe Stufe gegeben. Womit? Mit dem Islam. Er sagte, sobald wir versuchen, die Ehre, den Stolz, in einer anderen Sache zu suchen, außer im Islam, dann wird uns Allah wieder erniedrigen. Und deswegen sind wir leider heute wieder erniedrigt und werden von überall bekämpft und werden überall, wird auf uns drauf getreten. Weil wir den Stolz, die Ehre, nicht im Islam suchen. Nicht bei der Wahrheit suchen, nicht bei Allah und seinem Gesandten im Koran. Wir suchen es bei den weltlichen Dingen, bei den materiellen Dingen, subhanallah. Und das sagte auch Imam Malik, er sagte, die in der letzten Zeit, in unserer Zeit, in der letzten Zeit, vor Yom Al-Qiyama, diese Menschen werden nicht zur Ehre zurückkommen, bis sie zu dem zurückkehren, was die Ersten ehrenhaft gemacht hat. Die Ersten, die Sahaba. Wenn wir dahin zurückkehren und die Ehre dahin suchen, nicht Nationalismus, nicht nur Marmor und irgendwie Gold und die höchsten Türme der Welt zu haben. Sobald, solange sie danach streben, ihre Bedürfnisse, ihre Strebungen nur danach, nur ihren Begierden folgen, ihren Gelüsten folgen, dann werden sie unten bleiben. Und sie werden weiter erniedrigt. Bis sie nach dem streben, wonach die Ersten gestrebt haben. Dann, inshallah, habe ich ganz kurz einige Punkte aufgelistet, welche die Sachen sind, warum Allah Azza wa Jil sie so ehrenhaft gemacht hat. Warum Allah Azza wa Jil sie so eine hohe Stufe, ich habe das schon im Vortrag so ungefähr angedeutet, mit verschiedenen Sachen. Aber nochmal vielleicht kurz, Jani erklärt zum einen, natürlich haben sie diese Stufe erlangt, wegen der Rechtsleitung Allah Azza wa Jil. Weil diese schwere, gewaltige Aufgabe brauchte, wie gesagt, richtige, aufrichtige Männer. Und Allah Azza wa Jil hat, Jani, für diese richtige Aufgabe, weil, Jani, ist nicht irgendetwas für eine kurze Zeit, für eine Periode. Es ist eine Aufgabe, die, Jani, für die Menschen von Muhammad SAW bis zum Tag der Auferstehung, diese Aufgabe, oder diese Botschaft, die verkündet werden muss, ist eine gewaltige Aufgabe, weil es nicht nur für ihre Zeit war, sondern für ihre Zeit bis Yom al-Qiyama wird es. Jani, diese Botschaft muss weitergetragen werden, weitergegeben werden und es muss weiter dafür geopfert werden. Und das Allerwichtigste ist Nummer Eins, bei dem es anfängt. Und deswegen hat natürlich Allah Azza wa Jil für diese gewaltige Aufgabe, gewaltige Männer, Muhammad SAW zur Seite gestellt, die dieser Aufgabe gewachsen sind und hat sie auch dazu gerechtgeleitet. Und deswegen, Jani, an erster Stelle und Linie ist es, Jani, die Rechtsleitung Allah Azza wa Jil. Danach kommt natürlich ihre Aufrichtigkeit. Ehrlichkeit, Ikhlas in der Religion und Ehrlichkeit und ihre Liebe zu Allah und seinen Gesandten, richtige Liebe zu Allah und seinen Gesandten. An einer anderen Stelle, und diese Sachen zähle ich auf, damit wir, Jani, inshaAllah, möge Allah uns, Jani, Recht leiten, dass wir die Sachen ein bisschen kopieren und uns Gedanken machen. Und vielleicht der eine oder andere sich an diese Eigenschaften, Jani, darüber nachdenkt und vielleicht versucht, dass er sagt, jeder von uns wird danach gefragt und ich werde versuchen, als erstes bei mir diese Sachen zu ändern. Danach ist das die Gehorsamkeit, dass man gehorsam ist, dass man hört. Du weißt, Allah Azza wa Jil sagt, A, B, C, dann sami'ana wa ta'ana. Weil das war Jani, bei ihnen war das so. Wie Allah sagt in Surah Al-Hzab, Allah sagt in diesem Vers ungefähr, Und es zähmt sich nicht für einen gläubigen Mann oder für eine gläubige Frau, wenn Allah und sein Gesandter eine Sache entschieden haben, dass man dann auch in dieser Sache eine Wahl treffen kann. Das gehört sich nicht. Und bei den Sahabern waren was? Sie haben gesagt, wir gehören und gehorchen. Das ist eine wichtige Sache, Gehorsamkeit zu haben. Nummer zwei oder Nummer drei ist auch Bereitschaft, sich zu ändern. Sein Benehmen zu ändern und wir haben oft über Benehmen geredet, aber leider haben wir immer noch die gleichen Probleme. Leider immer noch sind wir geizig, leider immer noch sind wir schlecht zu unseren Eltern, zu unseren Nachbarn, leider sind wir immer noch gierig, leider haben wir immer noch eine lange Zunge und lästern viel und lügen, obwohl wir ja nie sagen, wir sind Muslime. Ja, dass wir Bereitschaft haben, uns zu ändern, unsere Person, uns selbst zu ändern, weil wir werden niemals jemand anderes ändern können, wenn wir uns nicht erstmal selbst ändern. Und Allah wird die Situation einer, wie Allah sagt im Koran, und Allah wird die Situation einer Gemeinschaft nicht ändern, eher sie sich selbst ändern. Wenn wir nicht bereit sind, uns zu ändern, dann wird Allah unsere Situation nicht ändern. Dann werden wir genauso bleiben und unsere Kinder und unsere Nachkommen werden genauso enden, wie wir. Dass wir bereit sind, uns zu ändern. Sehnsucht nach dem Leben, oder Sehnsucht für das, was nach dem Tod kommt. Dass wir uns wünschen, dass wir uns Erkera wünschen. Und das ist auch der Unterschied zwischen uns und Sahaba. Die Sahaba haben sich richtig vorgestellt, Paradies und Hölle. Wie Ali, radiallahu anh, einmal sagte, er sagte, Wenn mir das Paradies gezeigt würde, wenn man mir ein Fenster öffnen würde, zum Paradies und zur Hölle, und ich könnte sie wirklich in Wirklichkeit sehen, ich hätte nicht die Möglichkeit, mehr zu tun, als das, was ich im Moment dann mache. Er macht schon das Maximum. Den ganzen Tag gehorcht er Allah und seinen Gesandten, betet und fastet. Und so weiter. Er kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Da ist nicht mehr Zeit drin. Betet, fastet, kämpft, liest, lernt, lehrt. Da ist nicht mehr drin. Da ist keine Zeit mehr drin, keine Kraft. Die haben schon das Maximum gegeben. Deswegen auch, wenn er es wirklich sieht, er sieht die Hürde, er kann nicht mehr machen. Warum? Weil die haben sich das gewünscht, wie ein anderer Sahabi auch zum Propheten sagte. Er sagte, ich bin heute erwacht als richtiger Gläubiger. Er sagte, ja, wie kommst du, wie geht das? Wie kommst du darauf? Wie passiert das denn? Hat der Sahabi zum Propheten gesagt, sagte zu ihm, authentische Überlieferung auch, sagte zu ihm, oh Allah, ich bin erwacht und in meinen Gedanken, so ich war richtig, bin ich ins Paradies reingegangen. Und haben mir das Paradies angeschaut. Und haben mir die Hölle angeschaut. Und haben mir das Treffen mit Allah vorgestellt. Die haben in Akhira gelebt. Ihre Gedanken waren in Akhira. Ihre Wünsche, ihre Begierde, ihre Lust war in Akhira. Und wir leider, wir alle, ich schließe mich auch nicht aus aus dieser Sache, leider. Wir wünschen uns Dunja. Wir wünschen, wir, wir, wir fragen und überlegen, Haus, Wohnung, schönes Auto, schöneres Auto, iPod und dies und iPad und so weiter. Subhanallah. Ja, wir wollen immer hier, hier vorankommen. Wir wünschen, wir haben viele Wünsche im Diesseits. Und die Sahaba haben viele Wünsche gehabt im Jenseits. Und das ist der Unterschied. Das wäre eigentlich, äh, und darum wäre natürlich das meiste oder das beste, was man machen kann, wenn man eigentlich viel über Akhira, über das Paradies und die Hölle hört und liest und sich Gedanken macht, dann wird man natürlich, äh, auch sich danach sehen, nach dem Paradies und nach der, nach der Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal. Wie auch Allahs Azza wa Jal über dieses, über diese Bleibe sagt im Koran. وَإِنَّ الْأَخِرَى لَهِيَ الْحَيَوَانِ Ungefähr, glaube ich, ist der Vers. Und das Jenseits, das ist das wahre Leben. Allahs Azza wa Jal beschreibt, das ist das Jenseits, das Paradies, das ist das wahre Leben. Das richtige Leben. Das ist nur eine billige Kopie. Das ist ganz schnell vorbei. Und eine ganz wichtige Sache, liebe Geschwister, haben die Sahaba, was die Sahaba gemacht haben, was wir leider nicht richtig machen, die haben vieles gemacht für Allahs Azza wa Jal und sein Gesand. Viele Taten gehabt. Viele Anbetungen Gottesdienste, die wir leider nicht machen und nicht bereit sind und zu faul sind, leider, es zu machen. Warum? Weil Allah Azza wa Jal im Koran sagt und das haben sie verstanden. Und dieses Paradies, hier gibt es mehrere, so ähnliche Verse ungefähr. Und dieses Paradies, in diese Paradiesgärten dürft ihr ewig drin bleiben. Warum? Für das, was ihr zu tun pflegtet. Für eure Taten. Wir haben am Anfang schon gesagt, die Taten sind nicht selbst der Grund dafür, dass man reingeht. Aber der Grund dafür, dass Allah Azza wa Jal dich so mit seiner Barmherzigkeit reingehen lässt. Ja, und Allah sagt, dieses Paradies, das werdet ihr erlangen für das, was ihr zu tun pflegtet. Für eure Taten. Für eure Gebete, für euer Kopftuch, für euer Da'wa, für alles, für eure Anbetungen. Und dann sehen wir die Sahaba. Ihre Taten. Und da können wir uns natürlich sehr vieles abschauen, abgucken. Sehr viele Scheiben abschneiden. Obwohl viele von ihnen, und ganz besonders wer der Prophet aus dem Selbst, und viele andere Sahaba, die haben schon die frohe Botschaft von Allah verkündet bekommen, dass sie im Paradies sind. Die haben ein Ticket schon. Der hat das schon in seiner Tasche drin. Halas, Allah hat ihm versprochen, du bist im Paradies. Und trotzdem haben sie, die haben dich darauf vertraut. Der weiß das, aber der liebt diese Anbetungen. Er liebt diese Taten für Allah. Er liebt es, seinen Schiffe anzubeten. Er sieht es als Pflicht, Allah dankbar zu sein mit den Taten. Und deswegen haben wir gesehen, zum Beispiel, der Prophet, der betet und betet die ganze Nacht. Bis er Risse in seinen Fuß bekommt. Bis er, sein Bart, voll durchnässt ist, von seinen Tränen. Und seine Kleidung komplett durchnässt. Feucht. Und sogar der Platz, in dem er betet. So viel hat er geweint. Der Liebling von Allah, Und Aisha sagt zu ihm, O Gesandter, Allah, warum tust du dir das an? Und er betet und betet die ganze Nacht, bis seine Füße Risse bekommen. Und die, und Aisha oder ein anderes Mal, Bilal, Radiallahu anhu, sagen zu ihm, O Gesandter, Allah, warum tust du dir das an? Warum so viel? Allah hat dir doch alles vergeben. Allah hat dir gesagt, er hat dir deine Sünden vergeben, die du gemacht hast, und die noch kommen. Die du noch gar nicht gemacht hast, ist schon vergeben. Warum, O Gesandter, sagt er nur was? Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Subhanallah. Und so waren auch die Sahaba, Abu Bakr, der Liebling von Mohammed, der beste Freund von Mohammed. Subhanallah. Der Prophet hat ihm ja schon berichtet, dass er im Paradies ist. Und Allah hat ihn gelobt im Koran, in mehreren Versen. Was macht er? Mohammed hat ihn gefragt, Hadith bei Bukhari, der Prophet hat ihn gefragt, wer hat heute von euch gefastet? Abu Bakr, ich, O Gesandter, Allah. Wer hat von euch einen Kranken besucht? Ich, O Gesandter, Allah. O Gesandter, Allah. Wer hat von euch heute einen Armen zu essen gegeben? Abu Bakr, ich, O Gesandter, Allah. Wer hat von euch heute mit einer Genese, mit einem leichten Namen mitgegangen? Ich, O Gesandter, Allah. Subhanallah. Wer, Abu Bakr, Saddiq, der Prophet fragt nach einer Spende für die Muslime, für eine Schlacht für die Bedürftigen. Abu Bakr bringt was? Alles, was er zu Hause hat. Alles. Und er hat keine Pferde gelassen, keine Kamele und kein dies und kein das. Alles, was er hatte, hat er gebracht. Alles. Mohammed sagt zu ihm, was hast du für deine Familie gelassen? Er sagt, Allah und sein Gesandter. Nichts. Er weiß gar nicht, was er heute Abend essen wird. Trotzdem, obwohl er weiß, dass er kommt ins Paradies. Er ist der beste Freund von Propheten. Er hat keinen Schirk gemacht. Er hat die Götze nicht angebetet, bevor der Islam kam. Er hat keinen Alkohol getrunken, bevor der Islam kam. War schon rein. Wahrhaftig. Nicht gelogen. Subhanallah. Und dann, trotzdem er arbeitet. Er schuftet. Er betet Allah, also er ist an Tag und Nacht. Und genauso, Umar, er bringt die Hälfte, Subhanallah, die Hälfte von all seinem Besitz. Und sein Iman, seine Taten waren so viele, dass der Prophet zu ihm sagte, oh, oh Umar, wenn du an einem, an einem Weg läufst und der Satan sieht dich, er verlässt diese Straßenseite und haut ab. Der Satan, obwohl wir ihn nicht sehen, er hat Angst vor Umar, wegen seinem Iman, wegen seinen Taten. Subhanallah. Oder Uzzman, radiallahu anhu, nicht nur die Taten, die Anbetung selbst, das Gebet und das Fasten, die haben auch ihre Charaktereigenschaften. Sie haben sich geändert für Allah und sein, für das Paradies. Für Allah und sein Wohlgefallen. Haben die auch ihre Charaktereigenschaften, waren sie bereit zu ändern. Schau mal, Uzzman, radiallahu anhu, in diesem Hadith, wo Aisha, radiallahu anhu, überliefert, ich glaube, Aisha, radiallahu anhu, überliefert ihn, authentisch, sagte sie, es kam Abu Bakr, ihr Vater kam zum Haus und bat um Einlass und der Preußen gewährte ihm Einlass und er kam rein und er kam und setzte sich neben dem Propheten, begrüßte ihn und setzte sich daneben. Dann kam Umar, bat um Einlass, der Preußen gewährte ihm den Einlass und er kam, begrüßte den Propheten, dann kam Uzzman, radiallahu anhu, und bat um Einlass. Aisha, radiallahu anhu, sagte er, es ist Uzzman, der Prophet, der hat sein Bein so bedeckt und hat sich aufrecht gesetzt, sich ordentlich hingesetzt. Und dann hat er ihm Einlass gewährt, hat ihn reinkommen lassen, hat ihn begrüßt und dann als sie wieder weg waren, hat Aisha gefragt, wo gesandte Allah ist? Abu Bakr war hier, Umar, du bist ja nie so liegen geblieben und jemand konnte ein bisschen von deinem Bein sehen und als Erzman kam, hast du dich direkt bedeckt und was hat er gesagt? Er sagte, oh Aisha, soll ich mich nicht vor einem Menschen schämen, vor dem sich die Maläiker schämen? Oder diesen anderen Tag, als der Prophet, als sie dringlich in eine Schlacht mussten, kämpfen mussten, aber es war eine Zeit der Dürre, es war eine Zeit, wo die Propheten ganz, ganz wenig hatten und der Propheten fragte, wer spendet für Allah, für diese Armee, für diese wichtige Armee und der ist im Paradies, der bekommt ja in das Paradies oder wer spendet für diese Armee? Einer bringt ein paar Datteln, einer bringt, so ein paar Brote, die waren, die waren, war sehr schwere Zeit, dann wäre es an diesem Tag aufgestanden, Aisha, 100 Kamele, nochmal 100 Kamele, nochmal 100 Reittiere, nochmal 100 Reittiere, immer mehr und Zehntausende von Dinar und so viel Geld, er hat die komplette Armee, alle Reittiere und das ganze Proviant und die Ausrüstung, alles, das ganze Equipment von ihm. Was hat der Propheten gesagt? Alles, was nach diesem Tag geschehen wird, wird Ozzman nicht mehr äh, äh, ähm, Madara, alles, was Ozzman nach diesem heutigen Tag, nach dieser gewaltigen Tat zustoßen wird, wird ihm nicht mehr schaden können. Kalaas, diese, diese große, gewaltige Belohnung, die er für diese Tat hat, da kann keine Sünde mehr mithalten. Nicht, ist nicht mehr zu toppen. Vorbei. Ticket fürs Paradies, subhanallah. Eine ganze Armee hat er gespendet. Da sehen wir, diese Offerbereitschaft, diese Ikhlas, diese Bereitschaft, sich zu ändern, die Ikhlas zu ändern. Subhanallah, ein Mensch, Engel, diese gewaltigen Engel, die schämen sich vor einem Menschen, subhanallah, was muss das für ein Mensch sein? Was muss das für Charaktereigenschaften haben? Als er, als Ozzman, die erste Tochter vom Propheten aus dem Heirateten und sie starb, dann die zweite, also Umkul Thum und Ruqayah und dann starb auch die zweite Tochter, die zweite Ehefrau von Ozzman, zwei Töchter vom Propheten waren seine Ehefrauen. Dann sagte der Propheten, wenn ich noch eine andere Tochter hätte, ich würde sie dir geben. Was muss es für ein Mensch sein? Was müssen die Menschen für einen Charakter gehabt haben? Nachdem sie Götzendiener waren, Alkoholiker waren, Verbrecher waren, Feinde von Allah und seinem Gesandten, sie haben Opferbereitschaft gehabt. Sie waren bereit geprüft zu werden, sie waren bereit zu opfern, sie waren bereit, diese Verantwortung zu tragen, die Botschaft Allahs zu verkünden. Koste es, was es wolle. Und sie haben viele Taten, viele Taten vollbracht. Ali radiallahu anhu, obwohl er so jung war, 13, 14, 15, 16, ganz jung, vielleicht, man redet von Pubertät, der hat sich in das Bett gelegt vom Propheten, obwohl sie wussten, dass in dieser Nacht und in dieser Nacht viele Menschen reinkommen mit einem Schwert und diesen Menschen, der in diesem Bett liegt und die dachten, Mohammed liegt da, sie wollen ihn töten. Viele, nicht einer oder zwei, mehrere Personen, eine Gruppe, ein paar Dutzend, ein Dutzend oder ein Dutzend und einige noch dazu. Von jedem Stamm einer mit einem Schwert, der hat sich in dieses Bett gelegt. Halas, ich werde getötet für Allah und seinen Gesandten, für diesen Glauben und ich bin Märtyrer bei Allah. Die waren bereit. Was hat der Ali radiallahu anhu geliebt? Er hat gesagt, ich liebe es, in den heißen Sommertagen für Allah zu fasten, freiwillig zu fasten. Subhanallah. Wo? In Mekka, in Medina. Im Winter, jetzt im Sommer, im Winter, zur Zeit von der Pilgerfahrt, wenn einer von euch da war, jetzt im Dezember, im Januar, haben die 30 Grad. Tagsüber. 30 Grad. 35 Grad manchmal. Tagsüber. Man hat es geliebt zu fasten, im Sommer. 50 Grad. Hat er es geliebt zu fasten. Und wir sind nicht mal bereit, jetzt im Winter, wo es so einfach ist. Du stehst auf, du hast schon Marib fast. Subhanallah. Sind wir nicht bereit zu fasten. Obwohl wir wissen, dass Allah dieses Fasten so sehr liebt. Beispielsweise in einer Ibadah. Hadith Al-Qudus Allah Azzawajal sagt, alle Taten von Sohn Adams sind für ihn selbst. Außer das Fasten ist mir gewidmet und ich werde dafür so viel belohnen, wie ich es für richtig halte. Subhanallah. Die Sachen, die Allah schon nennt, die Belohnungen, die Allah schon nennt, sind immer gewaltig. Du machst so wenig, Allah gibt dir das 700-fache, Allah gibt dir das 1000-fache. Wie ist es, wenn Allah Azzawajal dann diese Belohnung dir nicht sagen will. Ein Geheimnis, eine Überraschung. Subhanallah. Wie gewaltig wird dann diese Belohnung sein. Und ein anderer Hadith vom Propheten, der sagte, derjenige, der einen Tag fastet, dem wird Allah Azzawajal sein Gesicht von der Hölle, von dem Feuer, in einer Entfernung von 70 Jahren entfernen. Für einen Tag fasten. Für einen Tag, auch wenn dieser Tag so kurz ist. Warum fasten wir nicht, subhanallah? Warum sind wir nicht bereit zu fasten? Mohammed hat gesagt, in vielen Hadithen, bewahrt euch vor der Hölle mit der Spende von einer Dattel. Mit der Spende von einer Dattel oder die Hälfte einer Dattel. Was ist eine Dattel wert oder die Hälfte einer Dattel? Nicht mal einen Cent. Einen Cent vielleicht. Oder zwei Cent. Bewahrt euch vor der Hölle mit einem Cent. Warum spenden wir nicht? Subhanallah. Der Propheten sagt, wir wissen ja, Allah ist zornig auf uns, weil wir zu viele Sünden haben, zu viele, die Grenzen überschreiten. Mohammed Azzawajal sagt, inna sadaqata tutfeu ghadabarrab. Die Sadaqa, die Spende, die löscht, die löscht den Zorn von Allah Azzawajal. Allah ist auf dich zornig. Willst du, dass dieser Zorn gelöscht wird? Spende. Wir sind nicht bereit, von unseren Euros rauszuholen. Ich habe nicht so viel. Ich habe noch was vor. Ich muss monatlich. Ich kenne so eine Schwester. Möge Allah, Jani, sie beschützen und bewahren und ihr einen rechtschaffenen Mann geben. Das ist eine ältere Schwester, Jani. Subhanallah, die hat in ihrer Familie, sie sagte mir, sie hat in ihrer Familie Leute, die ungefähr umgerechnet, die lebt ja nie auf der arabischen Halbinsel, sie sagte mir, sie hat in ihrer Familie Leute, die ungefähr, Jani, 100 oder 90.000 Dirham verdienen, die ungefähr, das sind ungefähr umgerechnet, in den Emiraten, ungefähr sind das 18.000 Euro im Monat. Und sie haben keine Miete, sie haben ja richtig fette Häuser, und sie haben keine Miete und haben, Jani, du tankst da so einen fetten Jeep, tankst du mit 10 Euro voll. Ja, alles, Subhanallah, und die sagt mir, die sagt, denen könnt ihr bitte spenden, für Koranschulen, für Korane drucken, die sagen zu ihr, wir haben zu viele Ausgaben, es geht leider nicht. Ich verdiene 18.000 Euro, ohne Miete, ohne gar nichts. Wir sind nicht bereit zu spenden, Subhanallah. Wir sind nicht bereit zu opfern, das ist unser Problem. Und Mohammed sagt, und wir wissen, dass Allah auf uns zornig ist, wegen unseren Sünden, weil wir zu viele Sünden haben, jeder von uns. Aber der Propheten sagt, du kannst diesen Zorn löschen. Gib eine Sadaqa, dann löschst du den Zorn, Allah ist auf dich zornig, wegen deinen Verfehlungen, dann spende Allah, wird mit dir zufrieden sein. Dieser Zorn wird, Jani, beigelegt oder gelöscht, Subhanallah. Aber wir müssen bereit sein, zu spenden, wir müssen bereit sein, zu fasten. Subhanallah, so einfach zu fasten heutzutage. Und man kann sich das, besonders jetzt in den einfachen Tagen, im Winter, kann man sich das antrainieren. Denn derjenige, der gar nicht fastet, der nimmt sich ab jetzt vor. Subhanallah, so einen Tag fasten, Jani, okay, diese Hadith, einen Tag Fisabillah, gibt es Meinungsverschiedenheit bei den Gelehrten. Manche Gelehrten sagen, Fisabillah ist gemeint, dass du einen Tag fastet, im Dschihad Fisabillah, während des Dschihad. Andere Gelehrten sagen, nein, damit ist nur gemeint, einen Tag Fisabillah, einen Tag, ja nicht aufrichtig für Allah, nur für Allah, damit Allah mit dir zufrieden ist. Deswegen ist es eine akzeptable, akzeptable Meinungsverschiedenheit, aber im Allgemeinen, Jani, hat der Prophet, in einem anderen Hadith auch gesagt, über das Fasten, es gibt keine Tat, die dem Fasten ähnelt. Jani, die Tat des Fasten, ist bei Allah so gewaltig, dass er keine Tat, dieser Tat, bei dieser Tat mithalten kann. So ähnlich ungefähr, hat der Prophet gesagt. Deswegen, Jani, sollen wir versuchen zu fasten. Und der Prophet, Allah, so schön, hat versprochen, außer das Fasten, das ist mir gewidmet und ich werde dafür belohnen. Subhanallah. Und das ist eine der besten Anbetungen, die Allah so am meisten liebt. Deswegen, Jani, lass uns versuchen, derjenige, der gar nicht fastet, der fängt morgen an. Der sagt, okay, ab morgen fange ich an, montags und donnerstags. Die Sunnah des Propheten, die an dem Tag, an dem die Taten zu Allah so hochgehen, ja, an diesen Tagen. Dann fasten wir montags und donnerstags, jede Woche. Und wir helfen uns gegenseitig. Lasst uns in eine Gruppe, beispielsweise, wir sind Freunde, ich lade euch jetzt am Montag ein und am Donnerstag essen wir bei dir, am Montag gehen wir zu dem Bruder, am Donnerstag bei dir, dass wir uns gegenseitig helfen, Birri und Taqwa. Und ta'awanu alel Birri und Taqwa. Lass uns gegenseitig helfen, in den guten Taten und in der Gottesfurcht, wie Allah so uns das befehlt im Koran. Und derjenige, der sowieso montags und donnerstags fastet, der fastet sowieso schon, sag ich mal, acht Tage sowieso im Monat, dann khalas, dann machst du das schon ein paar Jahre. Oder ich kenne, es gibt Brüder, ich kenne Brüder, die das seit acht, neun Jahren machen. Durchgehend. Einen Tag fasten und einen Tag essen. Einen Tag fasten, einen Tag essen. Im Sommer und im Winter. Denn jetzt ist es ein bisschen mehr. Es gibt Leute, die machen diese acht Tage und fasten noch dazu, diese drei Tage von Vollmondtagen. Ja? Ayyem al-Bet. Diese drei Vollmondtage. Wie viele haben die gefasstet dann? Elf Tage im Monat. Ja? Das beste Fasten, wie der Prophet schon gesagt hat, das beste Fasten und das beste freiwillige Beten in der Nacht, ist das von Dawud a.s. Ja? Und Dawud a.s. das, was Allah am meisten liebt. Top! Mehr kannst du, besser kannst du dich machen. Das ist die höchste Stufe, die du erraschen kannst bei Allah. Dass du einen Tag fastest und einen Tag isst. Das ganze Jahr über. Und da brauchst du auch nicht darauf zu achten, Freitag und Samstag, weil man darf diese Tage nicht einzeln fasten. Und du brauchst dich auf andere Tage zu fasten, die erwähnt werden, weil das ist ja nicht schon das allerbeste und die höchste Stufe, die du bei Allah bekommen kannst. Du kannst auch den Freitag alleine fasten, dann den Samstag alleine fasten. Du brauchst diese drei Vollmondtage nicht zu fasten. Du machst einen Tag ja, einen Tag nein und du hast die höchste Stufe. Bei Allah a.s. Deswegen, derjenige, der sowieso diese acht Tage, Montag, Donnerstag fastet, plus die drei Vollmondtage, der hat ungefähr elf Tage im Monat, fastet er sowieso. Zehn, elf, je nachdem, derjenige, der einen Tag fastet und einen Tag isst, wie viele Tage fastet er im Monat? Fünfzehn. Das war ein paar Tage mehr. Und du hast bei Allah das Beste, die Top-Position bei Allah a.s. erreicht. Aber natürlich, wenn einer momentan gar nicht fastet oder selten fastet, dann fange ich mit Psalm Dawood an. Mit dieser, mit der höchsten Stufe, die Allah am meisten liebt. Nein, fange an Montag, Donnerstags. Und natürlich, ihr kennt auch den Hadith, die Taten bei Allah sind, die Allah am liebsten sind und am wohlgefälligsten bei Allah, sind jene, die regelmäßig sind, auch wenn sie wenige sind. Nicht vergessen. Aber trotzdem zahlen diese Belohnungen, diese Tage, die du fastet, die zählen bei Allah. Jeden Tag, den du fastest, Allah entfernt dein Gesicht vor der Hölle. 70 Jahre, eine Entfernung von 70 Jahren. Deswegen, derjenige, der gar nicht fastet oder selten, der nimmt sich jetzt vor, ab morgen trainiere ich und faste ich für Allah. Jeden Tag, den ich faste, Allah wird mich inshallah vor der Hölle bewahren. Stück für Stück von der Hölle entfernen. Und wenn ich das jetzt schaffe, jetzt Januar, Februar, März, in den einfachen Monaten, die Tage sind kurz und du das weitermachst, Allah wird dir die Kraft geben und es wird einfach für dich. Im Sommer, im Monat Juni, fastet man in Deutschland 19 Stunden. Von 22 Uhr bis 3 Uhr morgens. Genau darfst du essen. Hier in Nordrhein-Westfalen. 5 Stunden hast du genau Zeit. Und 19 Stunden musst du fasten. Und es ist warm, Allah wird das für dich einfach machen. Wenn du dich trainierst. Wenn du das machst. Die Zeit vom Maghrib ist glaube ich schon eingetreten und ich habe vielleicht zu lange gemacht. Subhanakallahu al-Mahmdik Asshadu an la ilahe lant Asstaghfiru kautubu leik. Subhanakallahu al-Mahmdik Asshadu an la ilahe lant Asstaghfiru kautubu leik. Und es ist auch noch ein Dachwana an Alhamdulillahi Rabbil Alameen.